Als mittelständisches Bauunternehmen für Hoch- und Tiefbau mit langjähriger Erfahrung arbeiten wir, die Bauunternehmung Müller, vorwiegend in der Eifel-Region. Das Unternehmen hat eine lange Familientradition und wird heute in sechster Generation geführt. Heute sind wir ein Unternehmen auf dem aktuellen Stand der Baumethoden und der Baumaschinentechnik mit erfahrenen, engagierten Mitarbeitern sowie eigener Lagerhalle und Bauhof. Die Modernisierung des Maschinenparks in Verbindung mit einem gut ausgebildeten Mitarbeiterteam ermöglichen nun auch, größere Bauprojekte zu errichten. Neben klassischen Tiefbauarbeiten und Sanierungen liegt ein Tätigkeitsschwerpunkt im Hochbau, unter anderem im Industrie- und Verbrauchermarktbau. Müller Bauunternehmung – Ihr Bauunternehmen in der Eifel seit Generationen für Generationen. Müller Bauunternehmen in der Eifel seit Generationen.